Präpositionen Wo Am Atlantik Am Ziel Auf dem Parkplatz Am Stadtrand In Südostasien In Dubai Am oder auf dem Bahnhof Und noch einmal Wo Am Atlantik Am Ziel Auf dem Parkplatz Am Stadtrand In Südostasien In Dubai Am oder auf dem Bahnhof Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Präpositionen Hallo, in diesem Video setzen wir Artikel ein. Wohin Dabei achten wir auf die Präpositionen Ins Gebirge Genitiv In den Osten des Landes Dativ An den Rand Europas An den Rand Europas An die In die In die Oder zur See Ins Haus Akkusativ Im Haus Dativ Nach Rechts Dativ In In diesen Stadtteil In diesen Stadtteil Und noch einmal Wohin Wohin Ins Gebirge In den Osten des Landes An den Rand Europas Opas An den In den In den Oder zum See An die In die In die Oder zur See Nach rechts In diesen Stadtteil Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Präpositionen Wo In Palermo In der Stadtmitte An der Küste An der Küste Auf Mallorca Im Süden In In Mexiko In Mexiko In der Parkstraße Und noch einmal Wo In Palermo In Palermo In der Stadtmitte i In Palermo ап Inf In Im Süden In Mexiko In der Parkstraße Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Präpositionen Hallo, in diesem Video setzen wir Artikel ein. Wo? Dabei achten wir auf die Präpositionen. Wie im Gebirge. Genitiv. Vor dem Streit. Im Osten des Landes. Dativ. Am Rand Europas. Oder in seinem Auto. Sein Akkusativ, seinem Dativ. Am oder im See. Hinter die Baustelle. Hinter der Dativ. Hinter die Akkusativ. An der oder in der See. Ins Haus Akkusativ. Im Haus Dativ. Zu seiner Mutter. Dativ. In diesem Stadtteil. Und noch einmal. Wo? Im Gebirge. Im Osten des Landes. Am Rand Europas. Am oder im See. An der oder in der See. Rechts. In diesem Stadtteil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Präpositionen. Wo? In Prag. In der Slowakei. In der Slowakei. In der Slowakei. In der Slowakei. In den Bergen. Achtung! N bei Bergen. In der Ebene. In Brasilien. In Russland. Wo? In der Wüste. In der Wüste. Und noch einmal. In Prag. In der Slowakei. In den Bergen. In der Ebene. in Brasilien in Russland in der Wüste Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Präpositionen Wohin? An den oder zum Atlantik? Ans Ziel? Auf den Parkplatz? An den oder zum Stadtrand? Nach Südostasien? Nach Dubai? Zum Bahnhof? Und noch einmal? An den oder zum Atlantik? Ans Ziel? Auf den Parkplatz? An den oder zum Stadtrand? Nach Südostasien? Nach Dubai? Zum Bahnhof? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Präpositionen Wohin? Nach Palermo In die Stadtmitte? In die Stadtmitte? An die oder zur Küste? Nach Mallorca? In den Süden? Nach Mexiko? Nach Mexiko? In die Parkstraße? Und noch einmal, wohin? Nach Palermo In die Stadtmitte An die oder zur Küste Nach Mallorca In den Süden Nach Mexiko In die Parkstraße Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.